hallo leute ich grüße euch herzlich willkommen zu einem weiteren video wir spielen eine weitere folge von wandert und ich versuche mich jetzt gerade hier in diesem hotelzimmer wo wir das letzte mal reingekommen sind etwas zurechtzufinden search for your daughter lisa das ist schon mal klar okay irgendetwas blockierte tür hallo zimmerservice mein gott wie es hier aussieht mein gott hier da haben sie schon wieder im bett geraucht hallo ne 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 ihr könnt von mir ist im bett so viel rauchen wie ihr wollt okay i've been hearing strange noises recently that like someone is in big pain also ich höre starke komische geräusche also ob jemand in großen schmerzen wäre sometimes i can even hear crying and shouts coming from a distance also ich höre aus der Entfernung schreie und so weiter i don't know if someone is playing games with me because i'm not a huge fan of horror jokes wo bin ich da jetzt nur wieder reingebraten und hier hängt ein leuchtender zettel den kann man ja fast gar nicht überlesen day seven der more days past and i think i'm already gone crazy also es gehen mehr tage vorbei und ich habe das gefühl ich werde immer mehr und mehr verrückt i keep hearing sounds like someone is crying also ich höre geräusche als ob jemand am schreien wäre but it's marveled probably just one of those stupid cats being stuck somewhere also es könnten auch eben irgendwelche dumme katzen sein die irgendwo hängen steck geblieben sind that's what they get for scratching all days i just hope this end soon and i finally get back home okay steve ich kann das ich sag mal sehr gut nachvollziehen vor allem muss in diesem haus irgendjemand sein weil man da die ganze zeit geräusche hört wie das trampeln von füßen unterliegt schon wieder etwas bin der only security guards in diesem scheißloch zu sein macht keinen spaß und dieses squeaky wooden floor ist definitiv nicht helfen und dieses komische quietschen der holz ist keine hilfe ein singt aus cat scratching in the supermarket below will never stop okay steve ist also ein wachmann da ist definitiv definitiv jemand und ich weiß nicht ob der uns gut oder nicht gut gesinnt ist okay ich merke gerade ich kann jetzt hier gar nicht nachsehen was für ein schlüssel ich da aufgenommen habe alter ich habe einfach sowas von darüber schiss dass da okay da bluckt das ist das kratzen ich glaube da spielt jemand psychospielchen mit uns aber sowas von alter ich höre das überall 4724 4724 4724 code man weiß es nicht okay irgendetwas blockiert die tür blablabla ist vielleicht auch okay ist vielleicht auch besser so was war das was sind das für okay der dog requires a key card und zahlen kombination also 4724 glaube ich war der code dann könnte der schlüssel vielleicht tatsächlich für den elektrokasten sein okay das ist die einzige sicherung die ich rausdrehen kann okay das heißt da ist jetzt dadurch licht angegangen okay day 9 okay those news about some skinning buttering dude who's killing people are everywhere okay also die nachrichten dass da eben so ein so ein schlechternder mensch hier rumgeistert der quasi die nachrichten sind überall now the missing server workers from last christmas are some who connected to the case holy shit hab ich da wieder fußpuren die frage ist ob ich mir das alles jetzt nur einbilde also die spielfigur okay ich habe ein schraubenzieher gefunden wo auch immer ich diesen dann brauche okay ich brauche einen schlüssel i need a key okay okay warte mal da da ist jetzt kein licht mehr okay wahrscheinlich ist das mit der sicherung gegangen ich frage mich jetzt gerade nur wo ich den schraubendreher jetzt genau also den schraubenzieher jetzt genau benötige wir hatten ja hier unten auch noch eine tür okay okay momentan ist es ja gegnermäßig ja verdammt momentan ist es ja gegnermäßig ziemlich ruhig oh yes jetzt war kacke sicher auja okay okay this is definitely not a joke anymore i think someone someone's in the place also this is auf alle fälle kein scherz mehr da ist irgendjemand hier und i locked myself in the office room but the cameras are not uh accessible from this computer i forgot my keycard in the toilet upstairs i can't remember the code i know it ended with 4 and now the electricity is done as well okay also hat sich eingesperrt ein schlüssel was für ein schlüssel ist das wenn man endlich mal wissen würde was der schlüssel sperren soll wahrscheinlich kann ich jetzt oben mit diesem schlüssel das klo ersperren ich glaube ich mache besser hinter mir die tür wieder zu ich weiß jetzt noch nicht für was diese kassetten sind gut sind komm schon ich möchte mitnehmen hallo sind das etwa die letzten sprachnachrichten aufzeichnungen einer verstorbenen seel auf oh mein god ist das der polizeioffizier ist das haut ist das haut oh was was ok schnell weg hier das gefällt mir überhaupt nicht so holy shit ähm oh no fuck 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 komm schon komm schon versteck dich oh fuck geh bitte wieder oh no oh no oh no okay ich warte hier jetzt einfach mal ein bisschen aber ich muss jetzt wahrscheinlich die sicherung rumdrehen weil es dunkel ist komm schon besser fuck ich kann komm schon mach die tür zu no 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 was haben haltet das hält mir auch mehr so angst ok find something to fix to fix the cable ich hoffe mal dass der junge nicht intelligent genug ist türen aufzumachen ok oh guck mal an was wir hier haben das bedeutet warte mal das bedeutet wenn der strom jetzt funktioniert ok wir haben die keycard 4724 glaube ich war der code ich hoffe jetzt bloß nicht dass diese komische was auch immer wir werden förmlich nach unten geleitet wir kommen gar nicht aus ok das bedeutet ich schau mir jetzt vorsichtshalber den code nochmal an warte mal also 4724 ja 4724 ich hoffe mal dass ich mir das merken kann 47 ich laufe besser komm äh 4 4 7 2 4 und äh oh god check the security cameras ok also da hat jemand ziemlich gewütet ist das meine tochter na toll jetzt fassen wir uns mal auf guckt euch nur mal leute die die ameisen hier heftig was haben wir hier okay eine stirnlampe damit können wir wenigstens etwas licht in die sache reinbringen ich weiß jetzt nur nicht wohin muss ich jetzt gehen search also es steht immer noch da dass ich nach meiner tochter lisa suchen muss holy fuck damn it oh sch- no 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 ich weiß nicht wo ich laufen muss ich laufe einfach mal irgendwie holy no 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 okay fuck ich bin niss ich wollte gerade sagen du kriegst mich nicht oh shit oh nein scheiße okay immer wenn ich in panisch bin und irgendwo hinlaufen muss ich laufe immer in die falsche richtung ich weiß nicht das ist irgendwie so instinkt in meinem kopf hier so drin so auf ein neues okay ich geh mal hier dann geh ich hier na komm schon jetzt bleib ich bei diesem beschissenen Stuhl hängen oder was oh mein gott es hat funktioniert geht's da nach oben warte mal da ist noch was zum lesen oh fuck ich möchte irgendwie die soria lesen die halt in die ah komm schon oh shit 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 da gehst du nach oben komm schon oh mein gott alter verwalter was da kommt da oben rauf willst du mich verarschen oh shit oh mein gott der kommt alter diese verfickte scheiß panik von null auf hundert die erste folge war gar nichts in der zweiten dachte ich mir okay wenn das jetzt so weiter geht wo bleibt da bitte das Outlast will aber jetzt und immer dieses komische scheiß piepsen so wie ein Tinnitus bitte bleib liegen habt ihr von dem die Augen gesehen die Augen die sahen so eigenartig aus so leuchtend grün und der hat was der hat was hinten drinnen stecken okay auch so lass mal umsehen okay hier ist ein Lager ist das eine Kassette ja okay I don't even feel tired also ich fühle mich überhaupt nicht müde wo ist der jetzt auf einmal drauf gegangen ich habe denn nichts gemacht ehrlich okay umsehen das scheint mir so ein Lagerraum zu sein ach das ist der Supermarkt genau wir sind jetzt über den Lüftungsschacht in den Supermarkt reingeklettert okay da ist zu Strom da kann ich mal nichts machen eine Bohrmaschine also ich würde die jetzt sofort nehmen damit ich denen was muss ich da suchen einen Ausgang okay das kann ich nicht mehr nehmen das Teil hier und das ist so ein Art ah ok so ein Art Walkman we haven't slept in days and I don't even feel tired what's happening to us okay er fühlt sich immer noch nicht müde ist das vielleicht der Wachmann okay das sind aber kurze Sprachnachrichten money doesn't matter anymore also Geld macht keinen Sinn mehr oder wir können jetzt sehr kurze Nachrichten oh warte da blinkt etwas eine oh fuck der lebt noch oh jetzt kann ich es mitnehmen oh shit no lass mich in Ruhe oh fuck worum lebt der noch warte mal jetzt das glaube ich weiß ich wie ich da wie ich da rauskommen kann wo ist er ah ja der lässt mich nicht hier hin und jetzt weglaufen was aber jetzt rennt er gar nicht hinterher was ist denn los mit dir du sackige Sicht da ist eine Öffnung oder auch nicht bleib ja da oben ich sag's dir so ein so ein Scheiß aber auch ich muss dann noch weiter runter oder ja genau schau noch tausendmal da rein ja genau das war ja klar das war ja klar dass das jetzt passiert okay Leute an dieser Stelle muss ich aber sagen müssen wir jetzt das Let's Play leider dann beenden damit es eben nicht zu lange dauert und ich hoffe ihr seid natürlich beim nächsten Mal wieder mit dabei wenn es wieder heißt Let's Play mit Mr.J mit Mr.J Okay.